Hallo, wir sind jetzt am Stand von der VR-Bank Neu-Ulm. Ich bin die Lara vom Azubi-Sport-Team. Wer seid denn ihr und was macht ihr? Wir sind die Auszubildenden der VR-Bank Neu-Ulm. Wir sind die Nachbarschaftsbank, die in der Region Neu-Ulm auch tätig ist und in der Umgebung. Wir haben ca. 300 Mitarbeiter und sind jetzt aktuell 14 Azubis. Das hört sich auf jeden Fall super an. Wenn ich jetzt eine Ausbildung oder ein Studium machen möchte, dann wäre ich ja bei euch bestimmt richtig. Was genau könnte ich denn bei euch machen? Genau, also bei uns gibt es verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten. Einmal den klassischen Bankkaufmann bzw. Bankkauffrau, aber auch Fachinformatiker oder Immobilienkaufmann. Da kann man ja richtig viel bei euch machen, das ist ja voll cool. Wir sind ja hier auf dem Azubi-Spot, daher die Frage, wie findet ihr es bisher? Also ich finde den Azubi-Spot sehr interessant und abwechslungsreich, weil hier ja schon viele Berufe vertreten sind. Was ich auch noch ganz gut finde, ist, dass die Jugendlichen auch eine Chance haben, auch in unsere Berufe einzusehen, Einblick zu erlangen. Super, das Feedback freut uns auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf der Messe und hoffe auf viele Bewerber und Azubis. Danke schön.